Nach elf Jahren Der Bundestrainer der deutschen Skispringer Werner Schuster hört nach elf Jahren zum Saisonende auf. Nachfolger wird voraussichtlich der aktuelle Trainer der Polens Stefan Hohenacher. Quelle, SIT Der Erfolgscoach der DSV Adler gibt sein Amt nach elf Jahren ab, und hat wohl schon einen neuen Job im Blick. Erfolgscoach Werner Schuster hört zum Saisonende nach elf Jahren als Skisprung-Bundestrainer auf. Das gaben der Österreicher und der deutsche Skiverband, DSV, am Donnerstag in Oberstbedarf bekannt. Der 49-Jährige, dessen Vertrag im Frühjahr ausläuft, bleibt dem DSV aber möglicherweise in anderer Funktion erhalten. Heißester Kandidat auf seine Nachfolge ist der aktuelle polnisch-Nationaltrainer Stefan Hohenacher. Es war eine wahnsinnig intensive Zeit über die vergangenen elf Jahre. Jetzt ist der Zeitpunkt, eine intakte Mannschaft zu übergeben, sagte Schuster, der seinen Abschied mit dem Hohen Aufwand begründete. Schuster erklärte, nun drei Möglichkeiten zu haben, dazu gehöre auch eine weitere Zusammenarbeit mit dem DSV. Da ist etwas zusammengewachsen. Das ist eine interessante Option, sagte er. Denkbar sei zudem eine Rückkehr an das Skigymnasium Stamms oder eine komplette Auszeit. Ich bin seit 21 Jahren Berufstrainer. Es könnte mir eine Pause gut tun, sagte er. Schuster hatte zuletzt immer wieder betont, auch mit Blick auf seine Söhne Jonas, 15, und Janik, 12, kürzertreten zu wollen. Mein Jüngster kennt mich im Winter nur aus dem Fernsehen, hatte Schuster im Dezember gesagt. Neuer Bundestrainer könnte derweil ein alter Bekannter werden. Nach Folge Favorit Hornacher, ebenfalls ein Österreicher, kennt den DSV aus seiner Zeit als Schusterassistent, 2011 bis 2016, noch bestens. Sein Vertrag in Polen läuft im Frühjahr ebenfalls aus. In Frage kämen zudem der ehemalige Skiflug-Weltmeister Roel Jökelse aus Norwegen, der bereits zum DSV-Stab gehört, der Schweizer Nationalcoach und ehemalige deutsche Kader-Springer Ronny Hornschuh oder Ex-Weltmeister Martin Schmey, der das Trainerdiplom in der Tasche hat. Schmey hatte zuletzt aber erklärt, zum jetzigen Zeitpunkt nicht zur Verfügung zu stehen. Schuster hatte sein Amt 2008 als Nachfolger von Peter Rowan angetreten. Gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Horst Hüttl führte er das deutsche Skispringen kontinuierlich zurück in die Weltspitze. Größte Erfolge waren der Olympia-Seek 2014 mit der Mannschaft, der WM-Titel und der Triumph im Gesamt-Weltcup 2014-15 durch Seevernfront sowie der Olympia-Seek 2018 durch Andreas Wellinger. Mehr und Kürze Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leser-Debatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team